Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Bandlist-Videos und ich muss sagen, ich mag diese Bandlist hier überhaupt nicht, ja. Es haben sich acht Sachen verändert, ja, und das Ganze wurde gestern angekündigt und das Ganze wird gültig sein ab dem 29.04., also schon bald. Und ja, es ist nicht viel passiert, aber es fehlt so viel. Es ist der Wahnsinn. Und die Sachen, die verändert wurden, wurden nicht mal allzu clever verändert, aber dazu komme ich gleich. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz durch, was passiert ist. Wir haben insgesamt drei Karten, die verboten wurden und wir beginnen mit der Karte The Phantom Knights Rank Up Magic Launch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die Karte hier, die muss auf Null. Das ist wunderbar. Ihr kennt ja die Karte Avatov, ja, dieses Xe-Monster, das man bauen kann ohne Probleme in halt diversen Finstern des Spam-Decks. Und der Gegner kann dann quasi gar nicht spielen, weil er quasi in seiner Runde dann keine Monster-Effekte mehr hat. Und das ist halt einfach broken, also das ist quasi ein Lockdown, der für gewöhnlich, auch in der Meta, ständig das Spiel macht. Und solche Spielmethoden machen einfach überhaupt gar keinen Spaß. Das ist wirklich extrem ekelhaft und alle wollten das Ganze weghaben aus dem Spiel. Und naja, einige Leute haben jetzt gesagt, okay, die Rank Up Magic Launch darf nicht gehen, weil das ja die Phantom Knights hätten würde. Aber ganz ehrlich, die haben es auch irgendwie verdient, oder? Ich meine ganz ehrlich, die Phantom Knights sind so generisch geschrieben, das ist der Wahnsinn. Jedes verdammte Finsternes Deck spielt das Ganze und es nervt einfach auf Dauer ein bisschen, muss ich sagen. Und ich finde, da hätte man echt ein bisschen mehr machen sollen, fast schon. Weil es einfach extrem ankotzt. Gerade die Badiche, die kommen immer wieder raus. Mittlerweile in fast jedem Decks, das existiert. Und nur den Launch zu hitten, ist mir fast schon zu wenig. Aber ich bin schon mal froh, dass diese Karte weg ist. Klar, man hätte auch Azatov hitten können, aber es werden neue Probleme kommen, ne? Ich sag einfach nur so, die Rank Up Magic Launch ist zu Recht auf der Bandlist, ja? Das kann ich vollkommen so hinnehmen. Finde ich persönlich den besten Hit auf der Bandlist, aber es geht noch weiter. Wir machen nämlich weiter jetzt mit der Karte Dark Matter Dragon, der auch verboten wurde tatsächlich. Und da muss ich auch sagen, guter Hit, ja? Die Karte ist wirklich nicht clever geschrieben. Man kann damit quasi sofort drei Drachen millen und damit einfach etliche Kombos enablen, beziehungsweise das Ganze einfach auch generisch beschwören. Denn es ist mal wieder generisch rufbar, indem man einfach durch zwei Achter ein Galaxy Eyes Monster ruft und dann quasi diese Karte mehr oder weniger drauf legt. Und das war's dann quasi auch schon. Schon kannst du drei Drachen millen. Und da kannst du beispielsweise einfach das Amorfarge Monster millen, das einfach sagt, okay, wenn du mich beschwörst, kann der Gegner nichts mehr specialen. Und das ist halt einfach mal wieder ein Insta-Win, genau. Und du kannst auch eine Karte gleichzeitig millen, die den Amorfarge quasi in der Runde des Gegners wiederbelebt. Und schon ist das Problem geboren und ja, die Karte wurde abused, keine Frage. Es gibt auch einige Möglichkeiten, die Karte zu abusen mit einfach, naja, Thunder Dragon, das geht bereits. Oder auch mit Guard Dragons und so, es gibt da viele Varianten. Und die Karte ist eigentlich schon seit einer Ewigkeit ein Problem. Als die Karte damals rauskam, wurden sogar die Dragon Ruler für kurze Zeit OP, damals, ne? Und die waren da, glaube ich, noch auf 1, das war eine sehr komische Zeit. Und die wurden broken, nur wegen der einen Karte hier. Man merkt einfach, die ist so umgeschrieben, ja? Man merkt immer wieder, dass diese ganzen Foolish-Karten, also Karten, die quasi Karten vom Deck auf den Friedhof legen können, gezielt, dass die einfach unfair werden. Wir haben Foolish Barrier auf 1, ja? Wir haben Loverwald Chain bereits verboten bekommen. Aber Geddon Ritter ist auf der Schwelle zum Verbot. Doug Raffa ist auch auf 1 gegangen. Diese ganzen Karten, Mathematica war auch immer wieder ein Problem. Das sind einfach keine gesunden Karten für Spiele. Und ein dreifacher Mille auf Drachen ist einfach auch nicht balanced. Von daher kann ich das auch so unterschreiben. Eigentlich eine gute Neuerung. Aber jetzt kommen wir zu der wichtigsten Neuerung auf jeden Fall mit gigantischem Abstand. Und zwar bekommen wir die Summoned Sorceress auf 0. Und das finde ich komisch, muss ich sagen. Also ich finde, dass Summoned Sorceress schon sehr, sehr gut ist. Keine Frage, ja? In den Decks, wo die Karte gespielt wird, war sie mit einer der besten Karten. Aber sie war nicht broken. Sie war an sich nicht broken. Es gab ganz andere Probleme. Beispielsweise die Danger Engine, ja? Die wirklich sehr viele Spieler abgrundtiefe abscheuen, weil die komplett broken geschrieben sind, ja? Diese Danger Karten sind nicht so gesund fürs Spiel, wie es sich zunächst mal anhört. Kann man echt schon so sagen, wie ich finde. Dann haben wir, wie gesagt, halt diese ganzen Phantom Light Karten. Auch sehr grenzwertig. Kann man sehr gut spammen. Dann haben wir diesen ganzen Dark Warrior Spam. Nichts hat man getan gegen diese ganzen Sachen. Aber dann hittet man Summoned Sorceress. Das finde ich sehr, sehr weird, muss ich sagen. Und es hittet einfach sehr, sehr viele Decks. Ich meine, dass die Karte auf 0 gehen muss, wenn wir irgendwann Niedelfärber bekommen, das ist ein offenes Geheimnis, ja? Und ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst, dass jetzt bald Niedelfärber angekündigt werden könnte fürs TCG, wenn die Karte jetzt auf 0 ist, weil das wäre schon möglich. Im OCG war es nämlich auch quasi so. Und ja, die beiden Karten dürfen auf gar keinen Fall gleichzeitig im TCG existieren. Das wäre komplett die Eskalation. Da wäre das Spiel am Rande des Zusammenbruchs. Das wäre wirklich nicht gut. Aber, naja, Niedelfärber ist noch nicht da. Von daher hätte ich diese Karte bisher noch nicht auf 0 gesetzt, ehrlich gesagt. Ich hätte es anders gemacht. Aber okay. Die Entscheidung liegt bei Konami, aber wir haben noch ganz andere Probleme hier. Und da kommen wir jetzt zu der Karte Phantom Sky Blaster. Ich muss sagen, diesen Hit hier verstehe ich überhaupt nicht. Deswegen ist einfach Phantom Sky Blaster. Ist natürlich unfair, ne? Weil du kannst damit Tokens generieren. Die Karte ist nicht raussuchbar. Wenn du sie mal bekommst, dann kannst du damit einfach härtere Bots bauen als gewöhnlich. Und das sorgt dafür, dass diese Karte auf 1 ein reiner RNG-Faktor ist, der dein Deck manchmal unfassbar stark macht. Und warum willst du so eine Karte bitte auf 1? In einem kompetitiven Kartenspiel? Könnt ihr mir das bitte mal verraten, Konami? Ich verstehe es nicht so ganz. Das Ding ist halt einfach, wir haben schon so viele Tokenkarten erst auf 1 bekommen und dann verboten bekommen. Warum macht man es nicht direkt auf 0? Wozu dieser Zwischenschritt? Jetzt gibt es wieder 3 Monate, wo die Karte eskalieren wird. Ja? In manchen Duellen, wo sie gezogen wird. Und wo sie einfach ein reines RNG-Element ist. Und dann wird sie verboten. Das ist halt einfach unnötig, die Karte erstmal auf 1 zu setzen. Das ist, als ob man Maxi auf 1 setzt. Das ist einfach keine gute Entscheidung. Aber selbst das hat Konami auch schon gemacht. Also, naja. Ich muss sagen, Phantom Skyblaster und auch Sündenbock beispielsweise, die Karten gehören nicht auf 1. Die haben da nichts verloren. Die müssen auf die Banast auf 0 und fertig. Tokenkarten, die zu gut werden und die immer wieder abused werden, haben nichts im Spiel verloren. Das ist einfach Linkformat aushebeln. Und das ist nicht gut, wie ich finde. So, aber dann kommen wir zu der Karte Lady Debug. Eine sehr interessante Karte auf jeden Fall. Für zwei verschiedene Decks. Und zwar zunächst mal für Cyber-Spam-Haufen. Aber natürlich noch viel wichtiger, auch für Salamangrade. Und diese Karte wurde halt immer gespielt in Salamangrade. Und einige Leute würden jetzt sagen, okay, das ist schon ein heftiger Hit. Aber ich muss sagen, so sehr tut es dem Deck, glaube ich, gar nicht weh. Also, ich muss sagen, ich meine, ihr verliert zwei Kopien von dieser Karte hier. Die haben ganz andere Möglichkeiten. Also, ich denke nicht, dass Lady Debug auf 1 das Deck irgendwie krass hitten wird. Es ist auf jeden Fall ein Nerf. Keine Frage. Aber das ist jetzt nicht so krass, wie die es dir nächstes Mal anhört. Von daher, bleibt gechillt. Wenn ihr Salamangrade spielt, macht einfach weiter. Das wird schon. Also, das Deck wird nach wie vor relevant bleiben. Was aber auf jeden Fall sehr stark weh tut, ist die Karte Kargari auf 1. Habe ich ja auch schon predicted gehabt vor einer Weile. Beziehungsweise, ich wollte eher Engage auf 1 haben, weil Kargari auf 1 schon happig ist. Tut auf jeden Fall weh. Aber, okay. Es ist so gekommen. Und auch das war natürlich möglich. Multiroll auf 1 wäre auch noch gegangen. Quasi beides. Hätte man sich auch vorstellen können. Aber ich denke, das hier ist schon, ja, hart genug. Also, ich glaube, dass dieses Deck auf jeden Fall jetzt auch gerade in den späteren Spielzügen extreme Probleme kriegen wird. Und vielleicht ist es gar nicht mehr so krass, Meter, wie es bis vor kurzem noch war. Möglich wäre es. Wir sind gespannt. Kargari auf 1 ist auf jeden Fall schmerzhaft. Keine Frage. Sehr wichtige Karte. Und, ja. Ich bin gespannt, wie sich das Deck entwickeln wird. Dann ist eine weitere Karte auf 2 gegangen. Und zwar die Karte Superpoli. Das ist so eine weitere Änderung, die ich nicht verstehe. Warum geht die Karte auf 2? Die dreht halt einfach manchmal Spiele. Sie ist nicht raussuchbar. Sie bricht Bords. Und sie war eigentlich ziemlich solide auf 1 aufgehoben. Klar, man kann die Karte auf 3 setzen. Das ist kein Beinbruch an sich. Aber tut es im Spiel wirklich gut? Ist das so? Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, Superpoli auf 1 fand ich eigentlich ein bisschen besser. Also eine richtig geile Neuerung ist das nicht. Aber es ist zumindest keine ultraschlechte. Man kann darüber diskutieren, dass es klapper ist. Aber dann kommen wir zu der Karte Verschidosaurier. Und Verschidosaurier ist so eine Sache. Das Ding ist, Dinos sind auf jeden Fall sehr, sehr stark bis heute. extrem gutes Rogue-Deck, viel OTK-Potenzial dank Super Tyreno und gute Boards sind möglich und so weiter. Viele schöne Sachen. Und Verschidosaurier war auf 1 imitiert und schützt quasi euer Board. Und diese Karte ist halt schon ein gewisses Risiko. Also wenn die Karte auf 3 geht, dann kann man sich vorstellen, dass die Dinos mal wieder häufiger toppen können. Auf jeden Fall. Das ist möglich. Und ich verstehe halt absolut nicht, warum man diese Karte sofort auf 3 pumpt. Es ist halt einfach, als ob Konami direkt die Lernkurve wieder abgebrochen hätte. Wisst ihr, Konami setzt jedes Mal, wenn eine Karte auch nur ansatzweise gefährlich sein könnte, eine Karte immer erst von 1 auf 2 und dann auf 3. Und das ist wunderbar. Das ist eine so gute Entscheidung. Einfach um das Spiel gezielt zu balancen und vorsichtig mit der Bandis umzugehen. Warum wirft man das jetzt über den Haufen? Macht das irgendeinen Sinn? Ich muss sagen, ich suche den Sinn schon seit gestern hierin und ich verstehe es nicht. Es ist wirklich etwas merkwürdig. Das ist mal wieder kein Buff, der jetzt unfassbar krass die Meter verändern wird. Aber es ist einfach unvorsichtig. Und wenn man das jetzt kombiniert mit den ganzen Änderungen, die ich sowieso schon sehr komisch finde, ist das einfach absolut keine gute Bandlist. Also sorry. Ich weiß nicht, was man hieran absolut gut finden kann. Wie gesagt, diese beiden Karten hier finde ich sehr gut. Das ist vollkommen in Ordnung. Summon Sorceress ist einfach weird zum jetzigen Zeitpunkt. Weil andere Probleme da sind, wie ich finde. Kagari ist schon hart. Aber kann man machen. Ist an sich in Ordnung. Lady Debug vielleicht schon fast ein bisschen zu weich. Könnte man fast schon sagen. Ähm, Skyblaster. Verstehe ich nicht, warum man die Karte auf 1 macht. Das hier finde ich bedenklich. Und das hier finde ich unvorsichtig. Also man merkt schon, da häufen sich die komischen Entscheidungen. Und ich habe jetzt noch nicht mal angefangen darüber zu reden, was hier einfach fehlt. Ich meine ganz im Ernst. Es fehlen so viele Karten auf dieser Bandlist hier. Ein ganz großer Name, den fast jeder prediktet hat, ist Saruja. Wie kann es sein, dass Saruja immer noch auf 3 ist? Das ist halt wirklich, als ob Konami das Spiel in den letzten Monaten nicht gespielt hätte. Was ist das denn? Wir haben jeden Danger mittlerweile noch auf 3. Und Saruja auf 3. Der Spam ist real. Und er wird noch Monate weiter gehen. Das ist halt einfach echt keine gute Bandlist, wie ich finde. Es fehlt eine ganze Menge. Nessie auf 1 hätte kommen müssen. Man hätte Jackalope auf 1 setzen können. Vielleicht sogar noch die Schlange. Also Danger hätte auf jeden Fall Hits bekommen müssen. Das ist natürlich ein No-Brainer. Dann haben wir auf jeden Fall so Karten wie halt Saruja. Saruja hätte nicht auf 0 gehen müssen. Auf keinen Fall. Das ist zu hart. Aber Saruja ist eine Karte, die muss auf 1. Die zieht halt 4 Karten ohne Once per Turn. Das ist halt nicht clever geschrieben. Also, naja. Das Ganze ist halt Once per Copy quasi. Du kannst die Karte einfach zweimal beschwören. Und am Laufen des Zuges quasi 8 Karten ziehen. Klar, du musst 6 Karten zurücklegen. Aber das geht dir am Arsch vorbei. Du hast deine Hand so krass verbessert. Und kriegst noch eine Special Summon. Die Karte ist broken. Auf 3. Wie ich finde. Und dann hast du halt andere Sachen. Wie beispielsweise so Karten wie Scapegoat. Wie kann es sein, dass Scapegoat immer noch auf 1 ist? So Karten gehören genauso wie Scapegoat in meinen Augen sofort auf 0. Schon vor Monaten. Fast schon vor Jahren. Ja, das zieht sich jetzt schon seit Ewigkeit, dass Scapegoat langsam auf 1 gegangen ist. Aber wo bleibt bitte die 0? Das fehlt einfach. Die Karte muss raus aus dem Spiel. Die ist manchmal einfach Gamebreaking, wenn du quasi damit mit einer Zauberkarte random in der Endphase des Gegners, die so viel Material ausbaut haust, dass du gleich ein Boral Sword baust und dann gewonnen hast. Wer will denn sowas? Also das ist einfach rein das RNG, die Karte zu ziehen. Deswegen finde ich das sehr, sehr schädlich für ein kompetitives Spiel, was es RNG eigentlich möglichst ausmerzen möchte. Finde ich nicht clever, ehrlich gesagt. Und dann haben wir diverse Karten, die einfach auf der Bandlist überhaupt nichts verloren haben. Wo ist Stämmeinfizierender Virus? Wo ist Book of Moon? Wo sind die ganzen Karten, die auf der Bandlist schon seit Jahren nichts verloren haben? Das ist halt einfach so unfertig, diese Liste. Das kann man so nicht stehen lassen, fast schon. Also ich finde, das hier ist eine sehr, sehr merkwürdige Liste und ich verstehe sie von vorne bis hinten nicht. Wie gesagt, die drei Neuerungen hier kann ich gut nachvollziehen, ansonsten ist alles zumindest nicht perfekt irgendwie, zumindest nach meinem Gefühl und es fehlt halt einfach viel zu viel. Eure Meinung dazu könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich muss sagen, Konami hat ja vor einer Weile ein Statement rausgehauen, ein Presse-Statement, wo sie gesagt haben, okay, das Spiel ist aktuell so wie wir es wollen, wir wollen es nicht krass verändern und ich wusste schon, dass die Bandlist hier nicht so krass umfangreich ausfallen wird, aber zumindest mal zehn Neuerungen, wo noch Saruja und halt beispielsweise Danger Nessie dabei ist, das wäre einfach notwendig gewesen. Aber so wenig zu machen, finde ich einfach fraglich, weil es sind halt schon Probleme da, ne? Also da kann man sich auch nicht vor verschließen, wie ich finde. Also das ist ja allseits bekannt mittlerweile, dass so Karten wie die Danger-Karten einfach grenzwertig sind. Und wenn irgendwie 30 Yugi-Tuber international gesehen unabhängig voneinander sagen, dass die Karten auf eins gehen müssen, auch die, die ständig auf Turnieren sind, dann hat das eine gewisse Aussagekraft. Und wenn die Community dann auch mitzieht, ja, und die ganzen Zuschauer sich das wünschen, warum hört Konami nicht darauf? Das finde ich halt ein bisschen schade, dass quasi so wenig auf die Community gehört wird. Das bin nicht nur ich, der das sagt, ja. Das sind tausende weitere, zehntausende weitere Spieler, die mir da zustimmen werden. Ist halt einfach seltsam. Aber okay, ich würde sagen, ich habe genug darüber abgerantet. Ich bin absolut nicht zufrieden. Ich bin ehrlich gesagt dankbar, dass der Replay-Kanal quasi mehr oder weniger verschont geblieben ist. Wir hatten ein, zwei Decks, die quasi Summon Sorceress gespielt hatten. Okay, die mussten wir löschen. Schade drum. Aber ansonsten konnte ich sämtliche Vorproduktionen für jetzt meinen Studien-Wiederbeginn von Semester 2 behalten. Was sehr angenehm ist, dass es nicht irgendwie beispielsweise Saruja geflogen ist, wo durchs dann irgendwie sechs Decks gestorben werden. Aber gut, für das Spiel ist es eher weniger. Aber okay. In dem Punkt auf jeden Fall danke an Konami. Naja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Gerne auch schreiben, was ihr quasi anders gewollt hättet oder was ihr quasi hier fehlend findet. Wie gesagt, Book of Moon. Was machst du auf eins? Aber okay, das ist ein anderes Thema. Oder auch hier, Solemn Warning. Was macht die noch auf eins? Oder haut doch zumindest Solemn Strike auch auf eins. Ist doch komisch, dass die unterschiedlich sind schon seit Jahren. Ist einfach merkwürdig. Aber gut. Bis bald. Tschüss. Check bitte meinen Sponsor aus Lottikarts und meinen Replay-Kanal. Und dann sehen wir uns dort. Und dann sehen wir uns hierher ein bisschen ab, wenn es Gericht liegt. Dann sehe ich auf jeden Fall. Es wird also in 2020 nicht Fraut cambiiert. Und dann sehen wir instructions auf einmal. Dann sehen wir mal einen Limiter. Vielen Dank.